Musik Hallo, hallo. Blumen! Wenn ich sonst um diese Zeit vor dem Mikrofon gestanden habe, so war das immer sehr schön, dass ich gearbeitet habe, aber heute ist es. Ich habe nur eine Bitte, dass sie mir alle hier treu bleiben und mich nicht vergessen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jeder kann nicht mehr. Das ist ein bisschen.